Hallo zu meinem heutigen Video. Heute packe ich mit euch mein Notebook, den Novo Notebook aus. Das ist nicht wirklich mein eigenes, sondern habe ich für einen Kollegen gekauft und habe die Aufgabe bekommen, als Hauptbetriebssystem Linux drauf zu installieren, und zwar Linux Kubuntu, nicht Ubuntu. Er ist kein Unity-Fan, deswegen will er Kubuntu drauf haben, und ich habe das bei der Firma WW.One bestellt, und das Notebook hat netto 439 Euro gekostet. Kommt auch sehr gut verpackt, wie ihr sehen könnt, mit zwei Kartons, und war innerhalb in vier bis fünf Werktagen per Post bei mir. Es liegt eine Treiber-CT bei, ja, für Windows 8 sind die Treiber, brauchen wir aber in meinem Fall nicht, denn wir machen ja Kubuntu drauf, ist ein Ubuntu-Variant, also, ja, läuft eigentlich wie Ubuntu, sieht nur mit der KD-Oberfläche ein wenig anders aus. Mal ganz kurz zu den technischen Daten, für 439 Euro, ist es ein 15 Zoll Notebook, 15,6 Zoll Notebook, genaue Beschreibung ist ein Novo G510, und hat eine Intel HD 4600 Grafikkarte drinne, die bis zu 4 GB, ja, Speicher abzapfen kann. Der Computer selber hat 4 GB und eine Festplatte von 500 GB Größe, eine ganz normale, herkömmliche, also keine SSD und, ja, zwei Jahre Garantie, Herstellergarantie kriegt ihr für dieses Gerät. Dazu bekommt ihr auch noch ein Jahr, ja, ein G-Data-Vollversion-Internet-Security-Lizenz. Brauchen wir nicht, denn wir wollen ja Linux installieren. Angeblich soll das Notebook 5-6 Stunden Akku-Laufzeit haben. Hier seht ihr das Detail-DVD-Laufwerk, USB 3.0-Schnittstelle und ein, ja, USB-ähnliches Ladeteil. Hinten eben der Platz, wo der Akku reinkommt, wie ihr sehen könnt. Und auf der anderen Seite der Schlitz für den i5-Prozessor, VGA-Ausgang, ja, Ethernet-Schnittstelle, HDMI-Ausgang und nochmal zweimal USB 3.0-Schnittstellen. Auf der Vorderseite habt ihr nur auf der linken Seite den SD-Card-Reader-Fach. Ansonsten, ja, die Schnittstellen, die denke ich gleichen aus. Eine schöne, schicke Tastatur, auch das Touchpad hat eigentlich einen recht guten Eindruck gemacht. So, ich bedanke mich für das Zuschauen. Vielleicht gefällt dir den einen oder anderen dieses Notebook und bestellt es auch. Den Link mache ich unter dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020